Vielleicht eine andere Geschichte, die mir noch zum iMac Pro einfällt und zwar, wir hatten ja drüber geredet, was ist denn mit diesem ARM-Chip, der da drin ist. Da ist ein T2 drin, T wie Touchbar, Touchbar haben wir nicht, aber gut, ist halt ein T2 drin und der übernimmt diverse Funktionalität in dem Ding, dass irgendwie die Webcam schick aussieht und solche Dinge und vielleicht auch kontrolliert, ob die Webcam LED an ist oder nicht und solche Sachen kann der sicher überprüfen und ob der Bootprozess sicher ist. Jetzt hast du drei Optionen, iOS-Modus, dass du nur das aktuellste macOS installieren darfst und kein älteres, so mittlerer Modus, dass es wenigstens von Apple signiert sein muss und dritter Modus, scheißegal, so wie früher. Okay. Mit einem zweiten Mac, den du mit einem USB-Thunderbolt-Kabel dran steckst und dann den Rechner in DFU bringst. Du weißt schon, Locken drücken, Home drücken, 10 Sekunden. Ja, 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 ja. Wow. Okay. Okay. Und dann hast du wieder ein frisches macOS, ein neues iOS auf dem T2. Und das ist schon... Ich fände es gut, wenn die Voraussetzung wäre, der zweite Mac muss auch ein iMac Pro sein. Das wäre super. Sonst geht es nicht. Ja, das wäre super. Das wäre... Also du musst immer zwei kaufen. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wie oft passiert das wirklich? Aber ich habe auch schon von Hörern Berichte bekommen, dass sie beim Touchbar MacBook Pro in so eine Falle reingelaufen sind, dass der Installer, den du gerade versuchst mit macOS zu installieren, dass der nicht zur Version von dem T1 passt im Touchbar drin und dann sagt er so, geh weg. So lange, bis du die richtige Version von macOS findest, die dazu passt. Ja, klar. Ja. Ja, natürlich. Es ist relativ klar, dass in dem Moment, in dem du da einen anderen Chip mit reinpackst, die Komplexität sich natürlich entsprechend erhöht. Und wenn du dann den Boot-Vorgang auch noch absicherst, wie jetzt beim iMac Pro, dann sind wir natürlich auf einer Ebene gelandet, dass entsprechende Konsequenzen zu ziehen sind, wenn das Gerät halt in einem Zustand ist, in dem es nicht mehr ohne weiteres, ja, wie soll man sagen, sich reaktivieren kann. Und wenn du halt alles abdrehst und natürlich im Secure-Boot-Modus bist und dann da der T2 halt die Erstkontrolle hat und da irgendwas hängen bleibt, dann hilft halt nicht viel anderes als, ja, DFU. Ist halt die Frage, möchte man, das hatte ich ja letztes Mal gefragt, also sind oder beziehungsweise bleiben diese drei Optionen erhalten? Auch noch beim iMac Pro fünfte Generation in ein paar Jahren? Oder ist dann irgendwann halt Schluss und du sagst, nee, ist halt jetzt iMac OS und... Wirklich, ja. Ja, keine Optionen mehr. Klar, ich meine, wir kommen ja nah dran natürlich und die Angst, die schwingt ja seit Jahren mit den verschiedenen Sachen, die Apple in macOS oder OS X im Laufe der Zeit integriert hat, aber... Stichwort Gatekeeper. Ja, also Gatekeeper ist vielleicht so das klassischste Beispiel, was damals ja wirklich dramatische Ängste ausgelöst hat und vielleicht natürlich auch nicht zu Unrecht. Auf der anderen Seite, ich meine, sie haben es jetzt und Gatekeeper verliert ja auch Optionen, zumindest an der Bedienoberfläche, also jetzt kam das mit Sierra oder mit High Sierra? Nee, es kam schon mit Sierra, dass du, nee, mit High Sierra kam es jetzt, dass du, dass du ja eigentlich gar nicht mehr freischalten kannst, sondern die völlig unsignierten Sachen musst du ja manuell, also musstest du vorher ja auch schon manuell öffnen, aber du hast die Einstellung in den Systemeinstellungen nicht mehr zu sagen, ich will einfach den unsignierten Krempel einfach ausführen, das geht jetzt nicht mehr über die Bedienoberfläche, was wahrscheinlich auch nicht so blöd ist, aber ich meine, natürlich ist es immer ein Schritt, wie soll man sagen, ja, ein Schritt mehr in diese Secure Boot Zukunft, in der halt... Hölle, Hölle, das Wort ist so... Nee, weil, dann ist es so ein Fall, dann ist so ein Fall wie der Basti hier, der ist mausgerutscht und hat sich hier aus Versehen High Sierra installiert, der muss aber für die Produktion, muss er aber langfristig... Livestream muss jetzt und er muss halt downgraden und dann sagt halt der T15, ja, nee, geht nicht. Downgraden. Ja, arbeiten, ja, das ist halt notwendig, dass du Kontrolle über die Versionen hast und das ist halt auch für die, für iOS-Entwickler ist das ein Riesenmist, dass du halt nicht downgraden kannst offiziell, dass du halt nicht ein Testgerät, was du halt mit iOS 19.11 bespielen könntest, bespielen können müsstest eigentlich, dass das halt nicht geht. Dann kommt halt so ein Kollege wie der Troughton Smith vorbei und sagt, ja, ich hab Triple Boot auf meinem iPad, ich kann die drei Versionen alle booten, aber ich sag euch nicht, wie es geht. Ja gut, der hat auch macOS noch auf seinem iPhone irgendwo laufen. Der hat auch noch BOS laufen und... Oh ja. Also ich sag euch, wir können froh sein, dass wir noch entscheiden dürfen, ob wir iOS-Updates einspielen. Das ist auch noch eine Sache, die in zwei, drei Jahren, ich wäre mir da nicht so sicher, ob wir, ob wir die nicht automatisch reingedrückt bekommen. Wieso Chrome es jetzt macht, weißt du? Neu gestartet, Chrome, neue Versionen installieren. Ja gut, das ist ja bei iOS auch schon relativ nah dran. Also dieses Thema, die Updates, die landen ja auch einfach auf dem Gerät und dann wird halt so lange nachgefragt, willst du nicht mal installieren? Hier, willst du nicht mal installieren? War jetzt nachts. War jetzt nachts. Wie Basti halt einfach sagt, ach ja, ich spiel mal Updates ein. Oh, heiß hierher. Ja. Hörer schreibt, dass man mit Coconut Battery inzwischen auch die iOS-Batterie auslesen kann. Das ist ja interessant. Das will der Basti sich immer ausprobieren. Also ich kann dir auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, ich habe währenddessen bei mir den Geekbench laufen lassen, also so der, der gute Score ist so bei 3.500 Single-Core und 5.900 oder knapp 6.000 Multi-Core. Ich bin bei 1.700 Single-Core und 3.000 Multi-Core. Das ist ziemlich gut. Das Ding ist durch. Dann holst du dir mal Coconut Battery und schaust damit in dein iOS-Gerät rein. Das Ding bringt die schlechte Nachricht. Relativ in your face. Er ist tot, Jim. Ja, klar. Contenance, keine Spur, sondern... Kann man machen. Offen und ehrlich. Ja, da muss man klar sagen, wie es ist. Ihr lacht da. Ja, das ist schon so. Schlechtem Kunden auch noch das Lachen. Ja, weil ich meine... Gucken wir nicht. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, würde ich sagen, bei den Ergebnissen. Fies. Zahlen und so. Gesteckt. Lüben. So, ja, ja, mach, check, einfach, check automatically. Ja, ja, ach komm, geh doch einfach weg. Aber sag mal, bevor du das machst, dann, ich kann mal kurz, kurz fragen, ähm, ähm, äh, mein Dad hat jetzt gerade das alte iPhone, sein altes iPhone verkauft und der hat, ähm, auf meinen Hinweis aus der id.apple.com-Webseite gelöscht, das Gerät. Mhm. Dass es nicht mehr in seinem Bestand ist. Dann hat er es gelöscht, also dann hat er es danach anschließend gelöscht, das Gerät an sich. Und dann hat er gefragt, also das iOS hat gefragt, ob er dieses Gerät auch aus seinem Apple-ID-Pool löschen soll. Das ist doch neu, oder? Ähm, als er es auf dem, also als er auf dem Gerät alles zurücksetzen, löschen, gewählt hat. Dann kam anscheinend eine Frage, die gesagt hat, wir löschen das dann auch aus deinem Bestand halt bei Apple-ID. Also, ja, also so, ja, ich meine, es ist die Frage, wie das spezifisch war, also was es eigentlich da machen sollte, ist schon dein Passwort abzufragen für die Apple-ID, um dann zu sagen, ich löse die Verknüpfung von, äh, von meinen iPhone-Suchen halt. Aber je nachdem, wie der Wort, wie die Wortwahl da natürlich war und dann wirklich das noch so spezifisch darauf hinweist, dass so halt diese Apple, also die, die Verknüpfung mit der, mit dem Gerätepool löst, das wäre mir in der Form auch neu. Es scheint nach Arbeit zu riechen, ich muss es mal ausprobieren. Ich muss es mal ausprobieren, ja. Ich habe, ich habe einen Support-Artikel, oder war das bei Heise gelesen, wie das ist, wenn man ein gebrauchtes iPhone bekommt und es ist noch auf den alten User gelockt. Ja, ja. Und dann stand da drin, man möchte bitte dem alten Besitzer, sofern es nicht geklaut ist, sagen, äh, mach das da raus. Aber damit das funktioniert, muss es aus sein. Du musst es ausschalten und dann erst kann der alte Besitzer das aus seiner Find-My-iPhone-Liste rausschmeißen. Das ist ja wild. Ja, das geht, es gab, also ich bin mir, ja, ich, also da, da gibt's, ähm, dieses, dieses, dieses Remote-Rauswerfen, das ist, läuft nicht immer sauber ab, habe ich das Gefühl. Und, ähm, da sind, da hängen so ein paar Schwierigkeiten mit drin, die, die seltsam sind. Also es gibt offensichtlich auch Leute, ähm, bei denen die Verknüpfung dann trotzdem nicht so richtig zuverlässig von iCloud gelöscht wird. Das heißt, also, äh, ich hab, ich hab auch schon, also mir haben auch schon Leser geschrieben, die hatten dann das Problem, was, was völlig absurd ist, dass da, ähm, dass sie, dass sie das Gerät, das Gerät, also ihr iPhone gelöscht haben und auch es rausgenommen haben nochmal extra bei iCloud und dann das Gerät, äh, weitergegeben haben. Auch, das war dann innerhalb der Familie, also es war nicht an jemand anders verkauft, keine, keine Drittperson, sondern innerhalb der Familie weitergeben. Keine Ahnung, Schwester, wen auch immer. Und, äh, dort wurde dann versucht, das Gerät mit der neuen Apple-ID zu, ähm, aktivieren und dann hat das Gerät sich quergestellt und wollte halt aber eine ganz andere Apple-ID. Also nicht die Apple-ID des Vorbesitzers und auch nicht die Apple-ID der neuen, des neuen Besitzers. Das ist scary. Ja, 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 genau, da ist, du sagst so, hm, nein. Ja, also das, also das, da sind, da können schon durchaus Sachen schieflaufen. Ich meine, solange du natürlich einen Kaufbeleg hast und, und dann irgendwie zur Not immer noch in den Apple-Store rennen kannst, ist das alles viel Hickhack und, und nervend. Aber du kannst, äh, dir wahrscheinlich, kannst, äh, ja, kommst aus dieser Situation heraus, aber, also da ist, ja. Dann gehen sie nach hinten in den, in den Backroom vom Apple-Store zum File-Maker und tippen rein, nein, doch nicht, sondern so. Dann wird das ausgedruckt und in das SAP gefaxt. Ja, wahrscheinlich. It's funny because it's true. Wie ist dann, wie geht's dann am Akku? 84 Prozent. Die Capacity. Das sollte aber mehr als die Hälfte dann von Leistung geben, oder nicht? Möchte man glauben. Aber 84 ist auch nicht so geil. Also wenn ich jetzt mit dem, mit dem Mac-Vergleich, der genauso alt ist, nein, der ein bisschen älter ist. Ja, da wird er auch ein paar Monate älter. Ähm. Ja, guck, ich habe hier die Batterie. 84 sollte jetzt echt noch kein, 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 kein Drosselungszustand sein. iPhone 7 wurde er wahrscheinlich zum Start gekauft bei dir, oder? Ist das, genau. Also ist ein Jahr jetzt alt, gutes Jahr. Wir haben ein bisschen, ich schau mal hier, Manufacturing-Date, was sagt er? Bisschen über ein Jahr. 29.8. Ja, okay. Ja, wobei, also hier meine Batterie von diesem MacBook hier, die ist zwar theoretisch gut gepflegt und immer fein gepflegt und gehegt und gedingsbumst, und die sagt an sich Capacity 96 Prozent. Bei mir ähnlich. Und macht aber nur noch vier Stunden statt am Anfang zehn. Okay. Hm. Zehn habe ich nie geschafft. Doch, zehn habe ich geschafft. Das war, mit leichter Nutzung war das voll in Ordnung. Und ich sehe gerade, das ist jetzt auch gerade vier geworden. Hm. Manufacturing-Date. Ja. Ein bisschen über vier. 200 Zyklen drauf. Ja, mei. Die Dinger werden halt alt und dann gehen sie kaputt und dann musst du einen neuen Akku kaufen, obwohl er auf 86 Prozent steht. Ja, schön. Man kann natürlich mal zu so einem Apple Store hingehen und sagen, guten Tag, das ist alles total langsam. Und dann sagen sie, dann sagen sie vielleicht, ist ja schön, dass sie Apple Care haben. Hast du für das Gerät? Natürlich. Ja, dann würdest du echt mal fragen. Ja, da kannst du schön was rausgehen. Ähm. Gut. Schauen wir mal. Du berichtest sicher nicht, ja? Oh ja. Ja.